Ihr Lieben, ich stehe hier bei Herrn Hubbard, PSM Facility, und Sie suchen Mitarbeiter. Immer noch, ganz genau. Wir arbeiten ja in verschiedenen Gewerken, vom Malerhandwerk, Lackier, Bodenarbeiten, bis über Maurer, Fliesenleger und Pflasterer. Wir vergeben hier nur Vollzeitstellen für Fachkräfte mit einer 39-Stunden-Woche. In der Woche hat man bis Donnerstags um 16 Uhr Feierabend, Freitags um 13.45 Uhr. Wir arbeiten auf Stundenlohnbasis. Das heißt, bei Ihnen kann man richtig Geld verdienen. Ihr könnt nämlich schaffen, solange ihr wollt, und es wird euch entlohnt. Also hier könnt ihr so viel Geld verdienen, wie ihr wollt. Mir soll es egal sein, wie lange ihr arbeitet. Und jetzt sagen Sie mal, wen suchen Sie? Sie suchen eine qualifizierte Arbeit? Genau. Wir haben nur Fachkräfte bei uns, bei der PSM Facility, schon von Anfang an. Und daher suchen wir gelernte Maler und Lackierer, die auch vielleicht den einen oder anderen Vinylboden verlegen können. Wir suchen Pflasterer und Fliesenleger. Wenn der eine noch ein bisschen mauern kann, ist das auch nicht schlecht. Wunderbar. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch bewerben bei der PSM Facility. Das ist im Beitrag ja oben drüber und unten drunter verlinkt, sodass ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020